So hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung geht es, wie ihr bereits vorhin sehen könnt, um Futter. Sprich im genauen um drei verschiedene Partikelmixe, ready to fish, bereits vorgekocht und vakuumiert, hält somit auch lang. Zu den Mixen selbst, es gibt einmal den klassischen Mais, wie ihr sehen könnt, bereits gekocht und vakuumiert, hält somit auch sehr lange. Ihr könnt ihn benutzen, klassisch am Harp, beim Karpfenangeln, sowie natürlich auch einfach zur Zugabe in euer Grundfutter, sowie auch zum Einzelfüttern, in der Karpfenführer geht, sowie auch könnt ihr es in eurem PVA-Bag platzieren. Die zweite Variante, das ist der Vierkornmix, wie ihr hier sehen könnt. Er beinhaltet Mais, Weizen, Hanf und Raps. Sprich auch einfach ideal für das Grundangeln, zur Zugabe ins Grundfutter, sowie natürlich auch speziell zum Karpfenangeln mit Hanfzugabe. Ihr haltet die Fische einfach über längere Zeit an eurem Futterplatz. Idealer Attraktor. Wenn es mal schnell gehen muss beim Angeln, wenn ihr nicht lange vorgefüttert habt, eignet sich hier so ein Vierkornmix, beziehungsweise dann hier auch noch der Neunkorn Turbomix. Dieser beinhaltet Mais, Weizen, Hanf, Raps, Tigererdnüsse, Kürbiskerne, sowie Hirse. Sprich eine Vielzahl von verschiedene Körner, neun Körner verschiedene, sind hier enthalten. Immer 800 Gramm im Päckchen. Wie ihr sehen könnt, auch vakuumiert, bereits vorgekocht. Könnt ihr zum Angeln mitnehmen. Ready to fish. Ihr habt sofort dabei. Ihr müsst es nicht ein, zwei Tage vorher kochen und eingewirren lassen, sondern einfach eine ideale Portion. 800 Gramm von Angeltag am Wasser. Erhältlich bei eurem Tackle Dealer aus der neuen Best Catch Pro Footer Range. In diesem Sinne, ich hoffe ich konnte es euch vorstellen. Viel Spaß am Wasser, Petri Heil und dicke Fische.